Herzlich Willkommen zum Festumzug anlässlich des 750-jährigen Jubiläums unserer Stadt Teltow. Am 6. April 1265 verlieh Markgraf Otto III. Teltow die Stadtrechte. Am 6. April 1265 verlieh Markgraf Otto III. Teltow die Stadtrechte. Damit war das Tor zur Industrialistin der Stadt geöffnet. Eröffnet wurde er, der Kanal 1906 durch Kaiser Wilhelm II. Eröffnet wurde er, der Kanal 1907 verliebt. Eröffnet wurde er, der Kanal 1908 verliebt wurde er. Eröffnet wurde er, der Kanal 1907 durch Kaiser Wilhelm II. Teltow die Stadtrechte. Ja, liebe Gäste, drei Monate ist es wieder soweit. Oktoberfest in Hülsdorf. Wir blühen hier schon mal ein bisschen vor. Unvergessen der 14. November 1989 in Seehof wird der Grenzübergang nach Steglitz geöffnet. Als erstes Fahrzeug passierte Raimund Kämpf mit seinem Traktor Lanz Bulldog die ehemalige Grenze. Allmählich die Ackerbürger Stadt Fahlen und hier die traditionelle Kompfproduktion erinnert. Die Fahrer spielt an die Fahrer. Bis heute der größte Wohnungsanbieter in der Stadt Teltung. Und hier sind wir, wie damals schon, das 18. Jahrhundert der Menschen in Teltung. Die sind die 5. Generation. Oh, was? Wir sind jetzt hier der Eifel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017